Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute wäre dann auch schon Tag Nummer 21 des CSGO Adventskalenders 2017 und wie auch immer gehen heute wieder mal drei Skins raus an euch und zwar beginnen wir mit einer Aukameleon, dann als nächstes wäre es eine SSG 08 Big Iron bzw. eine Scout 08 und zu guter Letzt dann noch eine AK-47 Kartell mit nice Stickern sogar bzw. ja sind nicht schlechte Sticker. So für jeden Neuling bzw. diejenigen die hier heute zum ersten Mal einschalten beim CSGO Adventskalender von mir und sich fragen wie kann man hier teilnehmen und was gibt es noch zu gewinnen. Am ersten Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo, dort erzähle ich euch was es zu gewinnen gibt insgesamt und wie ihr teilnehmen könnt. Ich meine jetzt ist schon der 21. es sind nicht mehr allzu viele Preise im Prinzip das was man halt hier noch sieht von der USPS Cayman bis hin zur M416 Flashback und das Live gibt es ja am 24. Dezember dann als Hauptpreis zusätzlich noch. Und ja bzw. schaut euch einfach das Teilnehmervideo an und auch für die Leute die noch ihre Gewinnchancen erhöhen wollen. Weil ja am 24. Dezember gibt es ja ein Knife, vielleicht will es ja der eine oder andere von euch. Ebenfalls erster Link in der Videobeschreibung, Teilnehmervideo. So, die Gewinner von gestern setzen ja heute aus und die von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei. Und wie immer ziehe ich ja die Gewinner von den Kommentaren unter dem Teilnehmervideo. Somit sage ich dann auch gleich. Ja, lasst uns gleich anfangen. So, der erste Skin war ja die Aukameleon. Die geht heute raus an den. Hakachu. Er hat jetzt insgesamt 202 Kommentare und hat kommentiert mit Doppelpunkt D. Also mit einem Smiley. Du warst gestern nicht unter den Gewinnern dabei. So mit Glückwunsch, Mate. Die Aukameleon gehört mal dir. Der nächste Preis war ja die SSG Big Iron. Wir geht heute raus an den. Julian, was? Jixlian, aka. Mein WLAN ist kaputt. Du hast 123 Kommentare und hast kommentiert mit dem ich. Du hast bis jetzt noch kein einziges Mal bei mir gewonnen. Somit hast du gleich automatisch. Also, ja, brauche ich gar nicht nachschauen, ob du gestern unter den Gewinnern dabei warst. Weil der Name ist mir neu. Und dann sage ich auch gleich mal Glückwunsch und die Scout geht an dich. Und zu guter Letzt war ja dann noch die AK47 Kartell. Dir geht es heute raus an den. 10er Paysafe. Du warst gestern nicht unter den Gewinnern, sondern vorgestern. Mit deinen knallharten 2759 Kommentaren. Ist schon eine krasse Zahl, also. Aber egal, auch Glückwunsch an dich. Die Gewinner werde ich dann wie immer unter deren Kommentaren vom Teilnahmevideo kontaktieren. Und dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Halbzeit auf Weihnachten, beziehungsweise ob ihr schon den Weihnachtszauber spürt. Dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis morgen. Euer Alex. It's the most wonderful time of the year With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year With the kids jingle belling. Musik